Die Hoffnung, die uns trägt. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5, Vers 5 Liebe Geschwister, was für ein kraftvolles und ermutigendes Versprechen finden wir in diesem kurzen Vers aus dem Römerbrief. Paulus spricht hier von einer Hoffnung, die nicht enttäuscht. Diese Hoffnung ist nicht gegen eine optimistische Erwartung oder ein vages Wunschdenken, sondern eine tiefe, feste Zuversicht, die auf Gott gegründet ist. In unserem Leben begegnen wir Situationen, die unsere Hoffnung auf die Probe stellen. Es gibt Momente der Enttäuschung, der Verzweiflung. Doch Paulus erinnert uns daran, dass die Hoffnung, die aus unserem Glauben an Christus entspringt, eine unerschütterliche Grundlage hat. Diese Hoffnung wird nicht zu Schande werden. Sie wird uns nicht enttäuschen. Warum können wir uns sicher sein? Weil diese Hoffnung in der Liebe Gottes verankert ist, die in unseren Herzen ausgegossen ist.